Musik Hi und wenn du SeanDavidTV mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, kannst du dies nun auf Patreon.com slash SeanDavidTV. Sicher dir nun Shoutouts, exklusive Folgen und mehr. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV heute in einer Dreierkonstellation. Mit dabei heute Pizzi, hallo. Tag zusammen. Lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir Robert Becker am Start. Hallo, hallo. Ja und meine Wenigkeit kennt ihr mittlerweile auch schon ein bisschen. Wir haben, wie ihr im Titel gelesen habt, heute die Top 10 Nicolas Cage Filme. Und ganz, ganz wichtig, es sind nicht meine Top 10, es sind nicht Pizzi's Top 10, sondern der liebe Herr Becker hat seine Top 10 zusammengeschrieben. Ihr könnt diese Folgen nicht mit den normalen Folgen vergleichen, also wenn jetzt nicht in jeden Film 30 Minuten tief reingehen, wie das bei einem Rückblick ist, sondern Kurzerläuterung, kurz ein bisschen bequatschen, warum Robert falsch liegt und dann einfach dann beim nächsten Mal in der Single-Folge das Ganze ein bisschen intensivieren. Lieber Robert, ja, Nicolas Cage ist ja eh ein Schauspieler, den du gerne magst. Ja, nicht alles, also er hat ja auch Filme gemacht, wo man jetzt sagen kann, schwierig, da wollte er offensichtlich einfach nur ein bisschen Geld machen, weil der gute Mann natürlich privat sich auch in viele Unkosten gestürzt hat mit, keine Ahnung, irgendwelchen Kunstsachen, Häusern, Immobilien. Also der Typ hat das Geld aus dem Fenster geschmissen wie sonst nix, also richtig krass. Aber ich habe auch in meiner Liste ein, zwei aktuellere Filme mit drin, weil ich der Meinung bin, dass er mittlerweile so ein bisschen die Kurve bekommen hat und wieder richtig schöne, gute Filme auch macht, die sogar wieder im Kino eine Relevanz haben. Lieber Pizzi, wir haben dich jetzt spontan in diese Runde reingeholt. Du hast vorhin schon gesagt, ja, es gibt ein paar Titel, die du magst. Ist Nicolas Cage für dich auch so eine, ja, so A-Liga-Schauspieler, wo du sagst von wegen, okay, der hat einfach so viele gute Filme gemacht, eine Top Ten kriegst man da wahrscheinlich easy mit voll. Also Top Ten kriegst du auf jeden Fall voll. Ich glaube eher so in den 90ern war der so der A-Liga-Schauspieler für mich. Da gibt es einige Filme, die ich sehr, sehr mag. Ich hoffe, die sind auch auf deiner Liste. Es gibt einen Film, da ist mein absolutes Traumauto dabei. Ich hoffe, den besprechen wir auch. Wäre traurig, wenn der Film tatsächlich nicht auf deiner Liste wäre. Ich weiß, wovon du redest und ich hoffe, er ist nicht in deiner Liste. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Hast du gerankt, also von Platz 10 zu? Ja. Okay, ja, dann hau mal raus mit deinem Platz 10. Okay, wir fangen an mit einem Thriller aus dem Jahr 99, möchte ich meinen, von Joel Schumacher, in dem es um Snuff-Filme geht und so ein bisschen die Porno-Industrie und deren... Acht Millimeter. Genau. Richtig. Da kann ich mich noch dran erinnern und da gab es damals einen riesen Tam-Tam, weil der war auch auf FSK 18. Genau, der war schon ein bisschen rabiater, ist extrem düster, wie ich finde. Und Nick Cage hat da, glaube ich, versucht auch mal ein bisschen mit seinem Action-Klischee-Ding so ein bisschen zu brechen und mal wieder ein bisschen was anderes zu machen als diese 90er-Jahre-Action-Filme, die er halt nun mal gemacht hat, die extrem erfolgreich waren, um Gottes Willen, und die auch extrem gut sind. Vielleicht taucht der eine oder andere ja noch in der Liste auf. Ja, aber war so ein bisschen so ein Kontraprodukt, würde ich mal sagen. Also ich kann mich noch dran erinnern, der war, glaube ich, nicht so erfolgreich, was auch damit zu tun hatte, dass er eben FSK 18 war. Ich wollte ihn im Kino sehen, kam halt damals nicht rein. So, und ich hab den auch, glaube ich, das letzte Mal, lass mich nicht lügen, vor 23, 24 Jahren, oder nee, das kommt nicht hin, aber so vor 20 Jahren oder so gesehen. Hast du den gesehen, Pizzi? Ja, ich hab den, ich glaube, ein-, zweimal gesehen, vor 15 Jahren oder so, lief der, glaube ich, mal im Fernsehen, hab ich mal eingeschaltet, aber ehrlicherweise kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ist der denn wirklich so gut, dass man den... Der ist wirklich gut, und wenn ihr den nochmal gucken solltet, achtet mal so ein bisschen auf die Kameraarbeit. Das war das, was ich noch im Kopf hatte, genau. Ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, was so dem in der Marketingkampagne so mit auch so gehighlighted wurde, ne? Genau, also die Kameraarbeit ist richtig gut mit Plansequenzen, etc. Und, ähm, ja, ich glaube, Joel Schumacher war auch nach diesem ganzen Batman-Desaster vielleicht auch nicht mehr so der beliebteste Regisseur, könnte man vielleicht so nett ausgedrückt sagen. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass der jetzt nicht unbedingt der erfolgreichste Film war. Ich weiß nicht, nicht auflegen war, glaube ich, danach noch, oder? Das war mit Colin Farrell, ne? Genau, in der Telefonzelle, den ich auch grandios finde, den Film. Ähm, ja, aber wie gesagt, acht Millimeter war für mich immer noch ein richtig guter, schöner, düsterer Thriller. Okay. Ja, tatsächlich, ewig lang nicht mehr gesehen, ist dann vielleicht... Ja, vielleicht ist das dann halt auch ein Thema mal für eine Solo-Folge, wenn wir... Vielleicht könnten wir den mal rewatchen und dann mal aus Nicht-Fanboy-Brille das Ganze mal beurteilen. Aber gut, auf jeden Fall interessant, hab ich auch ewig lang nicht mehr drüber nachgedacht. Der war für mich so ein bisschen so... Unterm Radar. Ja, ja, total, genau. Ist er auch. Also in der, ich sag mal, großen Wahrnehmung ist er das, glaube ich, auch. Der ist so ein bisschen runtergerutscht irgendwie. Ich kann mich sogar noch an das Poster erinnern, dass, ähm, da ist ein roter Schrift, steht dann 8mm und, und, und... Genau, du hast so einen Filmstreifen quasi. Ja, genau, die Filmstreifen, genau, ich erinnere mich, ja. Okay, dein Platz Nummer 9. Platz 9. Wir alle lieben Indiana Jones und jetzt müsstet ihr auch schon wissen, worum es geht. Ja, Gott sei Dank ist er in deiner Liste, wobei ich ein bisschen überrascht bin, dass... Also erstmal der erste Teil, oder? Ja, ja, ja. Okay, also, ähm, das Vermächtnis der Tempelritter, ja. Ich bin überrascht, dass er so tief bei dir ist. Echt? Ich hätte ihn höher erwartet. Du, Pizzi? Ich hätte ihn auch höher erwartet, also mindestens Top 5 hätte ich. Ja, ich auch. Ich auch, Alter. Also für mich persönlich sogar Top 3. Oha, okay. Weil ich, wow, ich liebe diesen Film, ich hab den, ich, ungelungen 20, 30 Mal gesehen. Ich find den zweiten auch nicht so schlecht, aber an den ersten kommt der natürlich nicht dran, ne? Also, ich find den hervorragend. Mir gefällt der selbst. Ich bin auch echt überrascht, dass er so tief bei dir ist, weil A, Abenteuer-Genre E, ein so tolles Genre, wenn es vernünftig gemacht wird, dann, klar, Indiana Jones hat die Maß, die Messlatte so hoch gesetzt, dass es schwer ist, an dieses Niveau ranzukommen. Das heißt aber nicht, dass, wenn es immer noch gut gemacht ist, dass es nicht auch super klasse sein kann. Und für mich ist das Vermächtnis der Tempelritter, das ist schon so eine 7,5 oder so. Ja, das ist auch keine billige Kopie von Indiana Jones, ne? Richtig, genau. Es ist schon auch wieder ein bisschen eigener Stil. Ja, aber jetzt halt mehr in der Stadt auch stattfindet. Ja, klar. Und die ganzen Rätsel, die Hinweise, man rätselt die ganze Zeit mit und so. Also, ich find das, ich find das genial. Ich find das super. Krass, warum ist der bei dir so tief? Ja, vielleicht habt ihr nicht mehr auf dem Schirm, was da eventuell noch kommen könnte. Okay, also gut, wir müssen das am Ende dann nochmal Revue passieren lassen, was jetzt alles noch davor gekommen ist, damit wir verstehen, okay, warum ist der so tief? Aber auf jeden Fall. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Film dabei, den ihr vielleicht auch noch gar nicht kennt. Oder der euch jetzt spontan gar nicht eingefallen wäre. Oder vielleicht mögt ihr auch Filme gar nicht, die ich drin habe. Kann natürlich auch sein. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Vermächtnis der Tempelritter, um Gottes Willen, ist wirklich ein guter Film. Also, ich will den ja gar nicht herabstufen. Es ist aber wirklich so, dass man natürlich mit Indiana Jones extremst verwöhnt wurde. Und ja, die Messlatte ist natürlich sehr hoch. Ist ein solider Abenteuer-Teuer-Film. Und ich find auch, leider ist es im Grunde der letzte große Abenteuer-Film gewesen halt. Abgesehen von Die Mumie, war davor, glaub ich. Die Mumie war davor, war davor, ja. Also, damit war das Genre dann im Grunde erledigt, oder? Also, es kamen dann ja noch so Versuche, hier Uncharted zum Beispiel, hier vor, also diese CGI-Katastrophen. Ich würd mich gerne nochmal ganz kurz einklinken, was Pizzi gerade gesagt hat. Und zwar, ja, es ist ein Abenteuer-Film, der halt auch so ein bisschen seinen eigenen Stil hat etc. Ich finde aber, dass der eben, weil er anders ist als Indiana Jones, würd ich die gar nicht vergleichen. Also, ja, es ist dasselbe Genre, aber es ist nicht wie Indiana Jones. Es ist halt echt nochmal was anderes. So, deswegen für mich ist es mehr als nur ein solider Abenteuer-Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, auch was du gerade gesagt hast, von wegen so mit einer der, vielleicht der letzte richtig gute Abenteuer-Film. Ich finde, das hätte potenziell eine richtig gute Franchise werden können. Also, das hätte für mich, so wie Mission Impossible, so alle zwei Jahre so ein neues Abenteuer werden können. Deswegen bin ich ein bisschen traurig darüber, dass es das nicht geworden ist. Weil wir haben echt zu wenig von diesem Stil. Aber das ist da nicht mittlerweile eine Serie auf Disney-Film oder so mit diesem Stil? Ja, und die soll mega schlecht sein, weswegen ich die Finger davon gelassen habe. Ja, ich hab die auch nicht geguckt. Ich hab auch die Kritiken gelesen und dachte mir, soll ich nicht mehr kommen. Es ist so schade. Es ist generell, also, wir reden ja auch oft darüber, so was für tolle Genres es gibt. So, das Abenteuer-Genre ist für mich so, dass die traurigste Historie, so das verschwendetste Genre, was es gibt, kann so geil sein. Und es gibt so viele Leute in unserem Alter, die, ja, Indiana Jones mögen, auch sogar schwächere, so B-Movies in dem Genre mögen, weil das einfach ein geiles Genre ist und irgendwie macht da keiner was mit. Das stimmt, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil, so wie der Trend ja gerade läuft mit diesem ganzen CGI-Match-Pauze und so, dann würde halt auch nichts Gutes bei rumkommen. Ja, das stimmt. Also, dann lieber ruhen lassen und... Ja, sie kriegen ja selbst Indiana Jones nicht mehr vernünftig hin, ne? Eben, genau, ja. Also, selbst das haben sie in Sand gesetzt. Aber gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, sehr, sehr gerne. Mit meinem Platz 8. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Er spielt sich selbst. Das war Massive Talent, ne? Genau, das ist Massive Talent. Ja, haben mir so viele Leute empfohlen und ich habe es immer noch nicht geschafft, den zu gucken. Ich habe den auf meiner Watchlist. Ich wollte den unbedingt gucken. Ja, Dito. Noch nicht zugekommen. Also, es ist wirklich eine absolute Freude, diesen Film zu sehen, wenn man viele Nicolas Cage-Filme auch kennt, weil extrem viele Referenzen da drin sind und... Er nimmt sich doch auch selber auf die Schippe ein bisschen, ne? Genau, ja, ja. Er hat zwar später gesagt, nein, das bin ich, ich spiele mich nicht selbst, aber doch. Ja, okay. Doch, mach da. Also, er hat in dem Film zum Beispiel einen Raum, wo viele Requisiten aus seinen Filmen drin sind, unter anderem die goldenen Knarren von Face-Off und so und eine riesige, oder eine lebensgroße Nicolas Cage-Statue und so. Es ist wirklich eine absolute Freude, weil du ständig, wie dieses Meme von DiCaprio da sitzt, dann... Ja, ja, genau, ja, ja. Übelst geil, die Chemie mit Pedro Pascal passt super, weil er natürlich ein Riesenfan ist und er quasi uns widerspiegelt. So, es macht einfach Spaß. Also, es ist wirklich ein richtig spaßiger, schöner Film mit einer richtig coolen Bromance. Ja, Pizzi, ich glaube, also, wir beide wissen unabhängig voneinander, dass der Film geguckt werden muss, aber irgendwie noch nicht geschafft. Also, ich hab noch nie was Negatives drüber gehört. Ich auch nicht. Ich glaub, ich hab eine Szene gesehen, ich glaub, mit einer Mauer oder so. Ja, die hab, das ist auch die Szene, die ich gesehen hab. Und da haben sie mich schon weggeschrien und... Wo sie rüberklettern wollen. Ja, genau, das ist auch die Szene, die ich gesehen hab, ja. Das ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist, ich guck mir den an die Tage. Mach das. Ja, pass auf, in einem halben Jahr sitzen wir hier wieder so eine Folge und hab immer noch nicht geguckt. Dann will ich über den Film auch gar nicht groß weiter reden, ich will ja auch hier auch nix spoilern. Guck den auf jeden Fall, der macht richtig Laune. Dann kommen wir zu meinem Platz sieben und ich glaube, den hattest du auch schon so ein bisschen angedeutet. Es geht um Autos, es geht um nicht so viel Zeit. Du bist kein Autofan oder wie seh ich das? Nee, bin ich nicht. Aber wie kann man den Film nicht lieben? Es gibt, ey, Eleanor. Eins der schönsten Autos, die es gibt. Also ganz ehrlich, wir haben auf jeden Fall ein anderes Verständnis von schönen Autos. Ich mag halt... Ja, einen Käfer wahrscheinlich eher. Nee, ich mag halt einfach generell andere Autos. Und der einzige Grund... Liegt's an Muscle Cars? Bist du eher so der japanische Autoliebhaber? Nee, ich bin generell, Autos interessieren mich relativ wenig. Es sei denn, es ist der Ecto-One oder es ist das Batmobile oder es ist der DeLorean. Das sind die einzigen Autos, die mich interessieren. Alles andere ist mir kackegal. Aber ich hab den Film damals im Kino gesehen und ich weiß noch, ich war mega enttäuscht, weil ich mich halt blenden lassen. Alle haben halt so gesagt, oh ja, wegen den krassen Autos und Mitläufer dann halt mit ins Kino gegangen. Hab dann die ganze Zeit da gesessen und mich total abgefuckt. Das einzige Highlight war für mich halt Angelina Jolie, die ich halt mega heiß fand. Oh, mit der Frisur, wirklich jetzt? Ich fand die trotzdem heiß, ja. Also Tomb Raider würd ich dir recht geben in dem Outfit, aber... Ich fand die trotzdem da, ich fand die da heiß, ja. Ja, ist ja auch okay. Ist ja Geschmackssache wie mit den Autos, ne? Richtig, genau. Urjöserweise schließe ich mich dir sogar an. Ich bin auch kein Auto nah so. Ich kann aber den Autos, die da gezeigt wurden oder zumindest einigen Muscle Cars, diese älteren Sachen, zum Beispiel Eleanor, kann ich durchaus was abgewinnen. Also die sehen schon cool aus, sind schöne Autos. Und um Gottes Willen, es geht ja in dem Film ja nicht nur darum, die Autos anzugucken, die machen ja damit auch ein bisschen was. Und das find ich echt gut gemacht. Also das ist ein guter Auto-Verfolgungsjagd-Film. Ja, reizt mich null. Genau wie Too Fast and Too Furious kann ich null was mit anfangen. Ja, gut. Ist halt, hat bei mir nicht gezündet. Aber ey, wenn ihr das gut findet, ist das schön. Das freut mich für euch. So, aber ich würde mir original eher, keine Ahnung, einen Winnie-Pooh-Film angucken als Gone in 60 Seconds. Okay, gut. Also machen wir mit dir die, oder gab's die Folge schon? Winnie the Pooh? Nee. Nur 60 Sekunden wurde die hier auf dem Kanal schon mal gedroppt. Nee, aber könnt ihr beide dann gerne zusammen machen. Kann ich echt nicht verstehen. Also das ist ein toller Film, der macht so viel Spaß. Dieser Mythos von Eleanor, das Nicolas Cage mit dem Auto etwas verbindet und dann das Finale. Ey, grandios. Besser geht's doch gar nicht. Das ist pure Liebe, aber sowas kennst du halt nicht. Ja, das freut mich für euch, dass ihr das empfindet, aber ... Aber das System auch, ne? Die machen diese schöne Liste, dann geben die jedem Auto einen Spitznamen und dann bilden die das Team, dann klauen die die Autos. Das ist geil. Super, macht viel Spaß. Wie gesagt, Winnie-Pooh 1 bis 3, die Trilogie. Ach. Nacheinander. Eher als den Film normal. Ja, tut mir leid, bitte nicht böse sein, aber nicht, gar nicht mein ... Doch, doch, doch. Ja, los. Mach mal lieber die nächste Platzierung. Ich hoffe, da kommt wieder was, wo ich auch ... Da bin ich echt gespannt, weil der Film sticht sehr raus aus seiner Filmografie, wie ich finde. Und er ist auch nicht die Hauptrolle, er spielt eher eine größere Nebenrolle. Ist eine Comic-Verfilmung. Oh ja, dankeschön. Kick-Ass 2. Genau. Ja, super. Aber den ersten meine ich, nicht den zweiten. Ach, er war beim ersten dabei. Sorry, sorry, sorry. Im zweiten haben wir Jim Carrey. Ja, ja, genau, ich war gerade durcheinander. Kick-Ass find ich super, ist einer meiner absoluten Lieblings-Comic-Verfilmungen, eben weil er komplett anders ist, als das, was man kennt. Man merkt halt, dass es kein normaler Marvel-Film ist, den wir halt acht Milliarden mal gesehen haben. Die Rolle, er spielt ja Big Daddy da, ne? Genau, ja. Im Batman-Kostüm. Ich find das total kurios, einfach, wie er da gespielt wird. Auch die ganze Chemie mit ihm und seiner Tochter, hier, Chloe. Grace Moretz. Genau. Die, wie heißt sie nochmal? Hit-Girl. Hit-Girl, genau. Die ist so edgy, ne? Die ist super. Das ist so super. Also man erkennt vor allem, alles, was ich gerade sehe, ist eigentlich moralisch total falsch. And I love it. Der Film ist ja auch, glaube ich, ein R-Rating, ne? Also der ist schon gut, fand ich, auf jeden Fall. Ja, es ist super. Alleine die Szene da, wo er zum Beispiel mit seiner Tochter da draußen ist und sie anschießt und so weiter vom Weg ist. Und hast du Angst? Ich hab ein bisschen Angst. Nein, ist alles okay. Boom. Es ist so nice. Und ich bin so happy. Ich hab nicht erwartet, dass du den Film hier in diese Liste packst. Ich mache so viel Werbung für die Kick-Ass-Filme. Es ist so schade, dass die nicht mehr gemacht werden, weil zu viele Leute, die illegal gestreamt haben, der zweite so gefloppt ist. Ich find die mega. Wobei man gerade beim zweiten auch sagen muss, dass Jim Carrey auch im Nachhinein viel negativ auch über den Film gesprochen hat, weil er meinte, ihm war nicht bewusst, dass das so eine harte Nummer wird und dann hätte er auch nicht mitgespielt. Also der hat im Nachhinein richtig abgeledert über den Film. Ja, Jim Carrey ist leider generell bei, also heutzutage generell sehr vocal über negative Sachen, also der hat sehr, sehr viel zu kritisieren und hält mittlerweile bei vielen Sachen nicht mehr. Ey, ganz ehrlich, stell dich nicht so an. Sorry. Geiler Film. Ja. Aber schön. Vielen, vielen Dank für die Platzierung. Bin ich echt sehr, sehr, sehr happy drüber. Und wer das nicht gesehen hat, weil das sind jetzt nicht so die bekanntesten Superhelden-Filme. Also das ist echt für mich so ein Film-Tipp. Ja, total. Ich fand, der lief früher relativ häufig im Fernsehen, wird gar nicht mehr gezeigt. Ja, krass. Ich kenne auch nicht so viele, die den kennen, weil er halt auch nicht so der Mega-Riesenerfolg war, aber ey, absoluter Film-Tipp. Kick-Ass. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr, vor allem wenn ihr Marvel-müde seid, könnt ihr euch den mal reinpfeifen, weil ein höherer Gegenentwurf. Und vor allem auch sehr viel Hand gemacht, ne? Ja. Also kaum CGI. Kaum CGI, ja. So, dann kommen wir zu meinem Platz 5 und ist auch ein neuerer Film, mit dem, wie ich finde, Nicolas Cage, genau, quasi sein Comeback geschafft hat, auch was die Kritiken angeht. Und man kann den Film so beschreiben, es ist John Wick ohne Prügel. Guter Vergleich, guter Vergleich, ja. Denn es geht darum, dass ein ehemaliger, extrem erfolgreicher Sternekoch als Einsiedler quasi im Wald lebt, zusammen mit einem Schwein und irgendwann, warum auch immer, wird sein Schwein entführt. Und der gute Mann, gespielt von Nicolas Cage natürlich, begibt sich auf die Reise und sucht sein Schwein. Klingt total bekloppt, klingt total bescheuert, ist aber richtig gut, weil du die ganze Zeit eben mit diesem John Wick-Ding im Kopf irgendwie, du hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist doch ein Rachefilm, der will sein scheiß Schwein halt wieder zurückhaben. Aber es kommt nie dazu, dass er Leuten auf die Fresse haut. Es gibt nur eine kurze Gewaltszene, weil er in so einen komischen Kampf-Untergrund-Ringen da irgendwie rein stolpert. Und den Rest regelt er halt einfach, indem er redet mit den Leuten halt. Und das auf so schöne, nachvollziehbare und emotionale Art und Weise, weil er den Leuten einfach nahe bringt. Ey, das ist mein Schwein und ich liebe das, ich hätte das gerne zurück. Richtig cooler, schöner Film, wie ich finde. Ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen. Ich weiß noch, ich musste ihn abbrechen, weil ich los musste und habe dann leider, danke Amazon, dann ist mein Leihding abgelaufen, was ich eh hasse und habe ihn dann dementsprechend nicht weitergeguckt. Aber so die ersten 20 Minuten fand ich echt unterhaltsam und das muss man ja auch dazu sagen, ich bin ja heutzutage ja schon happy, wenn eine Story ein bisschen kurioser ist und wenn man schon über die Grundidee schmunzeln kann, so freue ich mich ja heutzutage. drüber, wenn es halt mal was ist, wo man halt das Gefühl hat von wegen, okay, das ist jetzt ein bisschen out of the box. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass der auch bis zum Ende gut gelaufen ist. Du gesehen oder? Für mich leider gerade einfach nur ein Filmtipp. Ich habe den noch nicht gesehen, aber hört sich gut an. Ich finde auch den Vergleich, den du da gerade gemacht hast, sehr gut, weil ich liebe die John-Wick-Filme und dann kann ich mir den auf jeden Fall gut geben. Also ich glaube, das sind gut investierte 3 Euro oder 4 Euro bei Amazon. Ich glaube, dass das der Film auch sein wird in dieser Liste, der in den Kommentaren wahrscheinlich am zwiespältigsten aufgenommen wird, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die nicht damit umgehen können oder vielleicht was anderes sich erhoffen, erwarten, als einen Typen, der einfach nur labert, um sein geliebtes Tier da wieder zurückzukriegen. Der Superheld der 2020er, nur am Labern. Genau, so ungefähr, ja. Und Nicolas Cage spielt hier sehr, sehr zurückhaltend. Also der ist ja in vielen Filmen sehr drüber und immer dieses, wie nennt er das, Schahemien irgendwas, bla, der hat auch seine eigene Schauspielkunst oder so einen Namen gegeben. Und der fährt extrem runter halt, der ist sehr zurückhaltend und ist sehr menschlich, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht derjenige, der immer rumbrüllt und seine Fresse verzieht und nöööö. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir sind jetzt bei Platz 5, ne? Das heißt, jetzt geht es mit Platz 4 weiter, ne? Ja. Boah, jetzt kommen, jetzt müssten theoretisch nur noch richtige Bretter kommen. Also wenn du nichts falsch machst, kommt jetzt nur noch ein Brett nach dem anderen. Äh, ich hoffe, dass es... Ja, okay, dann hau mal deinen Platz 4 raus. Äh, Platz 4, äh, hat ein gewisser John Woo inszeniert. Okay, gut. Ah, okay, finde ich... John Travolta spielt auch mit. Ja, ja. Es geht um Gesichtscreme, ne? Äh, genau. Klerasil, der Film. Die goldenen Knarren. Äh, genau, die goldenen Knarren. Ja. Gesicht ab, Face Off. Im Körper... Ah, im Körper des Feindes, ne? Im Körper des Feindes, ja. Genau. Wie heißt der denn jetzt mittlerweile auf Deutsch? Sagt man immer noch im Körper des Feindes oder ist es mittlerweile Face Off? Nee, ist schon Face Off und dann der Beiname im Körper des Feindes. Früher war aber nur im Körper des Feindes, oder? Echt? Ich glaube, wenn der im Fernsehen gezeigt wurde, hieß es im Körper des Feindes. Ach, du Scheiße. Da war bloß kein Face Off davor. Ah, krass, okay. Ja, auch einer, du hast ja gerade gesagt, von wegen, dass Nicolas Cage halt sehr, sehr, sehr bekannt dafür ist, halt manchmal drüber zu sein. Da ist er mega drüber, aber geil drüber. Ja. Finde ich. Und John Woo war ja gerade auch in den 90er Jahren, ich meine, wenn du Hongkong-Movie-Fan gewesen bist, so, da hast du ja immer gehofft, von wegen, okay, wann macht er endlich seine Dinger hier in Hollywood und so weiter. Das war auch so die Zeit, wo er mit so die ersten Dinger dann auch größeren Dinger gemacht hat. Und ich weiß noch, das war damals echt ein Must-See-Film, also musste man sich angucken. So, und ich finde, den kann man sich heute auch noch geil geben. Das ist ein geiles Zeitzeugnis, so der 90er Jahre, finde ich. Auf jeden Fall. Und was ich sehr begrüße ist, dass sie mit John Travolta jemanden ihm an die Seite gestellt haben oder gegenüber, der da mitzieht. Richtig. Also, die eckten sich beide um Kopf und Kragen, so zusammen. Und der Kniff, dass die ja quasi die Rollen tauschen, das nimmt man denen halt ab. Also, John Travolta kann da auf jeden Fall gut mithalten und es wirkt, ich meine, um Gottes Willen, die tauschen das Gesicht, das ist halt Blödsinn. Aber es ist zumindest schlüssig, dass die vom Charakter her irgendwie so, vom Spiel, dass man den irgendwie abkauft. Das ist interessant. Jetzt, wo du das gerade sagst, bedeutet ja, als man damals gecastet hat, musste man ja, wenn man Nicolas Cage als Ersten da hatte, musste man halt wirklich nach jemandem suchen. Okay, wen kannst du neben Nicolas Cage packen, der wirklich genauso Lala sein kann und das hochfahren kann wie Nicolas Cage. Und da gibt es halt nicht so viel. Also, zum Beispiel einen Tom Hanks hättest du nicht daneben stellen können. Ich stelle mir gerade Tom Hanks vor. Ja, wen hätte man denn alternativ noch daneben packen können? Mel Gibson vielleicht? Mel Gibson hätte, ja. Ja, Pizzi findest du nicht. Also, ich finde, Mel Gibson hätte auch funktionieren können. Ja, weiß nicht. Ich glaube, da ist der Mel Gibson zu süß für die. Okay, also ich finde gerade bei Lethal Weapon ist er ja auch manchmal ein bisschen drüber. Ja, genau, genau. Das war die Rolle, wo ich gedacht habe, okay, genau deswegen könnte er es halt auch machen. Also, ich finde John Travolta schon perfekt, ne? Also, hier in Pulp Fiction und so weiter, der kann halt richtig geil schauspielern, finde ich, ne? Und da, den neben Nicolas Cage stellen, finde ich richtig. Also, ich hätte Mel Gibson ehrlich nicht genommen. Okay. Eddie Murphy. Im Körper des Feindes hast du so die Gesichtsfläche auf so schwarzen Seiten hier, schwarze Hände. Fällt aber keinem auf. Fällt keinem auf. Ui, 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 ui. Wäre heute dann kontrovers, ne? Ja, ja, total. Ja, ja, genau. Heute wäre das noch ein krasseres Thema. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film und Film von der Platzierung her, finde ich auch angemessen. Also, die, die jetzt hoffentlich danach kommen, finde ich auch nochmal ein Ticken stärker. Aber so, dass der in den Top 5 ist, finde ich, passt definitiv. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 3. Da geht es um ziemlich viele Gefängnisinsassen in einem Flugzeug. Ja, okay, ja, doch, gehe ich mit, ja, gehe ich mit. Con Air. Con Air, genau, ja, gehe ich mit. Auch ein absolutes Actionbrett. Das war so für mich auch der Film, der für mich Nicolas Cage als Actiondarsteller etabliert hat. So von wegen, okay, der ist jetzt ein Actionstar. Ja. So, und passt auch wieder voll in die Zeit. Ist halt ein Paradebeispiel für 90er-Jahre-Action-Film einfach. Auf jeden Fall. Sehr viel Hand gemacht, sehr viele große Explosionen. Sehr viele richtig geile Nebencharaktere. Also, gerade Steve Buscemi als scheinbar Pädophilen. In dem, das ist ja das Kuriosal, ne? Du hast da einen Pedo da sitzen und der redet so einen gequirlten Blödsinn irgendwie. Und du denkst, eigentlich ist es doch ein total cooler Typ, so, ne? Was habt ihr alle? Genau, was total dumm ist. Allein schon diese Anekdote, wo er dann meint, was ist Ironie, wenn eine Gruppe von Männern in einem Flugzeug sind und ein Lied von einer Band singen, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Einfach großartig halt, ne? Wie er so trocken sitzt und so, ey, liebe ich. John Malkovich als Cyrus the Virus. Einfach großartig. Also, diese Besetzung, ne? Ja, Hammer. Also, die beiden als Nebencharaktere in den Film reinzupacken. Da hast du, das ist halt das Ding, da hast du eigentlich schon alles richtig gemacht. Da brauchst du noch einen halbwegs funktionierenden Hauptdarsteller und du bist von der Besetzung her top im Game. Da hast du noch Dave Chappelle so ein bisschen mit rumspringen. War das Wing Rames? Das ist er, glaube ich, auch noch mit dabei. Der ist auch noch dabei. Ja, überleg mal, was für ein Supporting Cast. Ja, und alle gut. Alle haben ihren eigenen Charakter. Alle spielen halt Scheibe. Sind dann alle nicht ganz knusper irgendwie. Also, richtig geiler Film. Ja, Hammer. Ja, ich überlege gerade. Also, ich sehe den auch stärker als im Körper des Feindes. Ich sehe ihn auch schwächer als das, was hoffentlich noch davor kommt. Aber das ist schon für mich, ich weiß nicht, ob ich ihn in meine Top Ten der 90er Jahre Actionfilme packe. Also, ich auf jeden Fall. Bei mir ist er auf jeden Fall in den Top 20. Und, und, wie gesagt, für mich einfach das Parade. Also, er beschreibt sehr, sehr, sehr gut, wie die 90er Actionfilme halt waren. So, und, und, ja. Es ist halt schade, weil wir jetzt wieder den Vergleich haben von wegen, okay, echte Explosionen, handgemachte Action zu, was wir heute da sehen. Ich sag's immer wieder. Ich glaub, diesen Slogan lass ich mir patentieren. Fortschritt heißt nicht immer besser. Ja, das stimmt. Kannst du dir ja gerne auf die Stirn pinseln lassen. Ja, also, mein Slogan, ihr habt dann gehört, Fortschritt heißt nicht immer besser. Und da sieht man es halt auch. So, ich denke, ihr beide habt auf jeden Fall einen Film im Kopf, der noch kommen muss. Ja. Wenn wir schon bei diesen Actionkrachern sind. Aber ich habe noch einen Film dazwischen auf Platz 2, den ich auch über alles liebe. Und das wechselt sich immer so ein bisschen, je nachdem, welchen ich als letztes gesehen habe, wer auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Ich hab ihn jetzt auf Platz 2 gepackt. Und hierbei geht es um einen Waffenschieber, einen Waffenverkäufer, der ... Wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Weil der war, das war kein großer Hit. Aber ich hab den das erste Mal mit Free TV gesehen und war geschockt, wie geil der ist. Ja, weil der an das Thema Waffenverkauf im großen Stil mit so einer, ja weiß ich nicht, Ironie und mit so einem Zynismus irgendwie rangeht, dass man das guckt und denkt so, Alter, das habt ihr nicht gerade gemacht, oder? Ja, also der Film fängt ja an mit dem, quasi, mit der Produktion einer Kugel, einer Gewehrkugel. Man sieht, wie die hergestellt wird in der Produktion, dann auf dem Laster, in der Kiste, und bla, dann wird sie geladen in ein Gewehr. Und dann sieht man den Weg von der Kugel in, ich glaube, sogar einen Kinderkörper, wie, ne, buff. Und dann denkt man schon so, okay, alter Schwede. Okay, Statement gesetzt, alles klar. Genau, also wir reden hier von Lord of War. Richtig, genau. Ja, den Namen hab ich gesucht. Und, ähm, ja, ist für mich ein absolutes Brett, wenn man, ähm, so Gesellschafts-, weiß ich nicht, Satire oder sowas, wenn man darauf steht und das so ein bisschen zynisch gerne mag, vielleicht, äh, Sachen haben möchte, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, weil man denkt so, pff, darf ich jetzt oder darf ich nicht lachen? Ähm, es gibt Stellen in diesem Film, die so bitter sind, ähm, allein die, die Stelle, du hast, du hast ihn schon gesehen, oder? Ich hab ihn ein, zwei Mal gesehen. Ist das da, wo der auch, ähm, die Deals dann an so einem Airport macht und sowas? Äh, genau, ja, und, äh, es gibt da die, die Stelle, wo er dann sagt, ähm, ich wurde noch nie erwischt, außer durch die Kugel im Körper meines Bruders, äh, die, die halt in ihm steckt, weil er ist halt erschossen worden. Und die hat mich jetzt, ne, in den Knast gebracht, quasi. Und das Ende ist so krank, find ich, weil er dann zu dem Verhörenden, äh, sagt, ich glaube, Ethan Hawke ist das, bin ich, oder verwechsel ich das gerade? Ich bin mir grad nicht sicher, ob der Bulle müsste Ethan Hawke sein, oder? Ich hab den das jetzt mal vor 15 Jahren gesehen. Auf jeden Fall sagt er zu ihm, passen Sie auf, ähm, wir können jetzt hier gerne noch weiter schnacken, aber in 10 Minuten wird das Telefon klingeln und dann darf ich hier einfach rausgehen. So, weil er natürlich mit der Regierung, mit allen Leuten, die, äh, ein bisschen was zu sagen haben, überall Deals hat und quasi Anonymität, äh, irgendwie genießt, so. Es ist wirklich so ein bitterböser Film, find ich. Ich weiß noch, ich hab, ich weiß gar nicht, ob der im Kino lief, weil ich, 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 ich hab den damals auf RTL im Free-TV auf einmal gesehen, oder ProSieben, eins von beiden, und hatte noch nie von dem Film gehört und hab den echt nur durch Zufall geguckt, weil nichts anderes lief. Und guck und guck und guck und guck nach einer halben Stunde, denk ich, boah, ist der geil. So, so völlig unerwartet. So, und die meisten, mit denen ich damals über den Film gesprochen hab, keiner kannte den irgendwie. So, und deswegen war ich auch echt happy, dass du den in deiner, äh, in deiner Liste hattest, weil ich muss den eigentlich echt nochmal gucken, weil es ist schon so lange her. Aber ich weiß noch, dass ich mega begeistert war. Ja, also für mich ein absolutes Meisterwerk, der Film, ähm, jeder, der den nicht kennt, unbedingt gucken, ähm, gerade, gerade, wenn man, oder mit dem Film wird einem erstmal bewusst, was eventuell so auf der Welt so passiert, halt, ne, gerade was so Waffen, Kriegstreiberei und so, was da so im Hintergrund abläuft, und wie kaputt die Menschen einfach sind, die dahinter stecken, so, das ist einfach, einfach ein krasser Film, so. Ja, Platz 1 wird auch ein krasser Film sein, darf ich raten. Ghost Rider 2, genau. Richtig, dann, dann hab ich recht gehabt, okay, dann erzähl über Ghost Rider 2. Okay. Ähm, ja, also, äh, auch euch wird's wahrscheinlich klar sein, äh, es ist The Rock, ähm, der, 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 der Kieselstein. Genau, ähm, Fels der Entscheidung, wie er hier, äh. Fels der Brandung, Fels der Entscheidung, Fels der Liebe, ja. Hier in Deutschland, der ja auch gerne genannt wird, ähm, für mich lange Jahre mein absoluter Lieblingsfilm, äh, gerade durch die Konstellation, ähm, äh, Sean Connery und Nicolas Cage. Dann haben wir noch, ähm, äh, Ed Harris als Bösewicht, aber im Grunde irgendwie auch wieder nicht. Also auch wieder, wir haben hier einen Schurken, den man mitfühlen kann, wo man versteht, warum er tut, was er tut. Genau. Und bei dem sich auch rausstellt, dass der gar nicht so ein Arschloch oder Bösewicht ist, wie er erstmal dargestellt wird. Spielt nicht, äh, McGinley auch noch mit, hier von, von Scrubs? Genau, der spielt, genau, der spielt, genau, der ist einer von den, äh, äh, von den Soldaten, die da mit, äh, mit kämpfen quasi. Ähm, ein absoluter geiler Actionfilm, die Action passt, die Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern passt. Ich finde die Dialoge großartig, ich könnte den Film mitquatschen. Also wirklich, da sind, äh, Stellen drin, die ich richtig cool finde, allein schon, wo Sean Connery zu Nicolas Cage sagt, weil der schon halb aufgibt irgendwie, sagt er zu, äh, Nicolas Cage, ähm, Gewinner gehen raus und vögeln die Ballkönigin. Und Nicolas Cage sagt, Carla war die Ballkönigin. Und dann, und dann geht's halt los, so, ne? Oder die Szene, wo eine Schießerei ist und dann liegt doch so ein Typ da, der erschlagen wurde von, von irgendeinem, weiß ich nicht, Ventilator oder so. Und dann, der zuckt noch so. Ich kann nicht arbeiten, wenn der so zuckt. So, äh, was soll ich machen? Der ist halt tot. So, äh, ja, absolut genialer Film. Einer der besten, für mich persönlich, besten Actionfilme, die je gedreht wurden. Ich liebe den. Und, ja, wer den noch nicht kennt, gucken, sofort. Ja, also man muss ja echt dazu sagen, in der Zeit, wo Nicolas Cage dann wirklich so sich etabliert hat als Actionstar und so weiter, The Rock war halt wirklich auch ein Ding, was, äh, was große Wellen geschlagen hat. Also, das war, es war ja dann die Zeit, wo ein Schwarzenegger halt nicht mehr so am Start war, Stallone nicht mehr so am Start. Also, dieser Übergang hat ja gerade stattgefunden. Wir haben ja auch in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, so, dann haben so die Bruce Willises, die Keanu Reeves und, und dann halt jetzt auch Nicolas Cage, die haben halt so übernommen. Und The Rock war für dieses Zeitsegment von diesen fünf, sechs Jahren, wo halt diese neue Generation der Actionstars angekommen ist, war The Rock halt schon einer der, der größeren, oder größten Blockbuster und auch einer der Filme, wo am meisten drüber gesprochen wurde. Ja, und ist für mich bis heute der beste Film von Michael Bay. Ja, das ist halt nicht schwer, weil der hat halt nur fünf gute. Und der Rest ist Explosion. Ja, ja, genau. Er hat sehr stark angefangen, muss man mal dazu sagen. Ja, ja, das ist das Schlimme. Er hat ja gezeigt, dass er es kann und nur die 90ern und danach, ja. Und wie sieht es aus mit einem Drehbuch? Ach, kein Drehbuch. Machen wir da eine Explosion, da eine Explosion. Fällt ihr keinem auf, dass wir keins hatten. Das Schlimme ist, dass er halt irgendwann freie Hand bekommen hat. Am Anfang seiner Filme musste er noch ein bisschen struggeln, was die Cola angeht, das Budget halt, ne. Hat ihm gut getan. Genau, und ein bisschen gucken, wie er da irgendwie handwerklich rangeht, wie kann er was lösen, muss die Explosion jetzt sein oder muss die vielleicht ein bisschen kleiner, lassen wir sie raus. War nicht Bad Boys 1 auch von ihm? Genau, ein Jahr davor. Ja, war auch ein guter Film. Also er konnte es ja. Genau, eben, ja, das ist genau der Punkt. Worauf ich noch ganz kurz eingehen möchte, The Rock, die Filmmusik, absolutes Brett. Wurde in drei Wochen erstellt, weil eigentlich sollte Mark Mancina die machen. Der hatte die Musik halt für Bad Boys gemacht und da finde ich den Soundtrack auch großartig. Aber Mark Mancina hat scheinbar nicht das abgeliefert, was Michael Bay wollte und hat dann einfach gesagt, okay, du bist gefeuert, so nach dem Motto. Ich brauche jetzt irgendjemand anders und dann wurden gleich drei Leute für den Soundtrack angeheuert. Nick Glennie Smith, Hans Zimmer und Harry Grexon Williams, wenn ich mich nicht irre. und die haben zu dritt dann in drei Wochen diesen Soundtrack zusammen gebastelt und der ist für mich ein absolutes Brett. Was eigentlich voll kurios ist, normalerweise hat man nicht, also man hat einen, so einer, der einen Stil macht, so drei Leute, das ist unfassbar. Geht normalerweise voll in die Hose, aber ja, hat da auch geklappt. Und ich muss ja dazu sagen, und das ist schön, dass wir generell diese Folge machen konnten, Nicolas Cage geht so manchmal so ein bisschen unter, wenn man so über die Actionstars von früher redet, eben weil er nicht das typische Bild eines Actionstars verkörpert hat. So, aber in den 90ern Jahren hat der Mann halt echt geliefert. Ja. So, und deswegen ist es halt schön, dass wir diese Folge hier machen konnten. Und danke, dass du uns an deinen Top Ten hast teilhaben lassen. Pizzi und ich haben auf jeden Fall zwei Filme, die nicht nur auf unserer Watchlist sein sollten, sondern wo wir jetzt endlich mal den Arsch hochkriegen müssen und uns mal angucken müssen. Können wir das nächste Mal drüber sprechen. Ja, und vielleicht können wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Deswegen, vielen, vielen Dank, Pizzi, dass du am Start warst. Ja, danke, dass ich spontan mitmachen durfte. Ja, vielen Dank, Robert, dass du uns deine Liste vorgestellt hast. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr zugeschaut habt. Nehmt es doch mal zum Anlass und postet mal eure Top Ten rein. Vielleicht sind da ja ein paar Differenzen zu seiner Liste. Kommentiert wie wild und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Bis dann zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.